und ich bin zwar wieder euer eric player hat ihn willkommen zu einem video auf diesem kanal immer kommen hat 5 ist angesagt es wurde angefragt und dann mache ich das natürlich ich bin in einer free for all lobby aber irgendwie ist es ein 1 1 ich weiß nicht wo der typ ist ich bin mit der luxe mk2 pro schalter und erweiterte magazin und mit der compact mit dem logo wie sie den besten dämpfer feuerdämpfer erweitertes magazin und hochleistungs ja ja das gameplay wird bestimmt nicht so spannend aber naja was soll man denn machen ist der typ der sich verkämpft oder johann in naja wo ist er nur das ja jetzt fühlt sich die lobby das wird doch spannender direkt das sind wir doch schon den ersten aber es legt die noch auf jeden fall geholt das hat genau da geleckt ich habe ganz falsch war es natürlich nicht so die haben wir auch direkt geholt wir wollten mal dann kommen wir sehen von da aus ich sag nix ich bringe auch im c5 wenn ich mir die lobby sind eigentlich ziemlich korrekt geworden aber es ist halt hey tun uns ein ganzer scheiß existiert immer noch game lofter spiel ja immer schlechter machen kann was der hat mir ein headshot gedrückt der lauf naja kann man nicht viel machen sniper auf range sollte man sich nicht wirklich anlegen egal was dafür nicht mehr hat gegen die a6 die a6 ist eigentlich gar nicht so schwach ja bestimmt der typ hat eine koge und ich hätte den weg geholt man das ist der für lappen der die ganze zeit naze wird und jetzt kommen die ganzen chinesen ich habe nichts gegen chinesen aber meistens das richtige freiharder holt haben wir ja gegen der red was soll ich da bitte machen ich hab ihn ja bestimmt stehe ich schon wieder nur 7 4 neuer ja 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 dieser scheiß nates wer ist das denn alter ja spiel 13 und shred alter behinderte rüstung du bist jetzt noch tot ja komm ja es leckt halt immer wenn ich tot bin dann leckte ja wie soll ich das nennen das ist keine keke zu den gibt es aber nicht hier wie viel gibt es mein ja bestimmt man doch die fresse heute mit dem hat genug leistung die luft juckt das gehen mittlerweile nicht mehr jetzt springt darunter dieser laut trotzdem dann muss er sterben hier geht es von graben ich weiß krieg selber davon augenkrebs teilweise jetzt kommt er mit seiner scheiß borstel steuer da spiel ich normalerweise nicht schließt den namen und schön schon raus ich lasse ich mich einmal von linke ja junge die man im bambu das Video ausspricht wenn da oben war ein positives kommentar oder abonniert mein Kanal wenn es nicht getan hat und wir sind zum nächsten Video wieder bis dahin tschau Leute